Na egal. Okay, so. Jetzt sind wir hier oben. Wie muss der Strom jetzt hier fließen? Wenn ich muss. Das muss ein bisschen darüber. Das war zweit. Danke fürs Gespräch. Okay. Also ich habe nicht viel Spiel da unten. So. Hervorragend. Hey. Wir haben es geschafft. Geil. Mensch. Ging schneller als der andere. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der aus der Welt der Held. So. Was gibt ihr mir jetzt? Ich habe das vorhin nicht gesehen. Im Namen der Höhle vielleicht dir ein Zeichen von der Boris. Ah. Zeichen von der Boris. Okay. Zeichen von der Boris. Sein Bestreben, einen Titan zu steuern, stellte sich der Träger dieses Zeichens eine Prüfung des Donners. Auf drei Zeichen folgt eine neue Herausforderung. Hurra! Sammle diese drei Zeichen für eine neue Herausforderung. Well. Nur noch eines. Okay. Ja, das ist die spannende Frage, wo das ist. Ist die spannende Frage, wo das ist. So. Huh. Der Gipfel kann das nicht sein hier. Das ist ja vielleicht beim Titanen unten. Wo ist dieses Gebiet? Wo könnte das sein? Also es muss hier irgendwas sein, weil ich glaube, dass da unten ist Wüste. Das heißt, es muss irgendwas sein, wo auf jeden Fall Wüste ist und wo man dann reinkommt. Also es muss ja praktisch irgendwo in einer dieser Eingänge hier irgendwo sein. Aber was mich so irritiert daran, ist Folgendes. Oder das Hauptproblem, was ich damit habe, ist, dass rechts Grasland ist. Das ist das, was mich so komplett irritiert daran. Und dass da so eine kleine Schlucht ist mit einem See oder mit Wasser oder mit einem Fluss. Das ist das, was mich so irritiert daran. Weil das hier kann es nicht sein, weil hier ist Schnee und hier ist alles voller Schnee da oben. Das heißt, das ist unmöglich, dass es das ist. Das heißt, hier ist ja nirgendwo Wasser, hier ist auch nirgendwo dann ein Grasgebiet. Hier sind zu viele Berge zwischendrin, zwischen Grasgebiet und der Hochebene. Also muss das irgendwo hier unten sein. Aber die Frage, also wir haben die Wüsten-Dingens besiegt. Wir haben das Rennen gemacht. Das heißt, was eigentlich noch fehlt... Was eigentlich fehlt, ist der Schatz der Gerudo. Und der Schatz der Gerudo ist doch das Eis gewesen, oder nicht? Aber die Frage ist, ob ich dann so einen Eisblock da hinbringen muss. Weil wenn du einen Eisblock hinbringen musst, dann muss es ja irgendwo hier oben in der Nähe sein. Weil ansonsten schmilzt die dir ja weg. Darum würde ich sehr gerne erstmal finden, dass ich weiß, was meine Aufgabe ist in der Prüfung. Wo könnte das sein? Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Ich könnte höchstens mal von dem Titanen so nach unten fliegen, dass ich mal einen Überblick über die Map habe. Oder vom Turm vielleicht auch einfach, dass ich mal eine Übersicht habe. Warte mal, hier ist Wasser. Ist hier Wasser eingezeichnet? Ja, hier ist Wasser eingezeichnet. Warte mal, ich gehe mal zum Turm. Ich gehe mal zum Turm der Wüste und gucke mal, ob wir irgendwo was sehen. Also von dem Höhe gelegenen Gebiet kann ich dann nach unten gucken. Vielleicht kann ich weit genug sehen, dass ich das mitkriege. Was ist denn... Was ist denn... Was ist das mitkriegen? Was ist das mitkriegen? Was ist das mitkriegen? Warte mal. Nein. So, man schreit da unten sich gerade. Ich habe den Crocs unten eigentlich gemacht, weil ich es gerade sehe. Also das muss ja Schnee sein da oben. Ich gehe mal zum Gerudo-Turm. Das ist gar nicht wahr sein. Wir müssen es da irgendwo finden. Das gibt es ja nicht. Also das muss ja findbar sein. Also das ist ja... Aber es ist genau das gleiche wie... Oh, Blutmond. Fantastisch. Es ist genau das gleiche wie diese beschissene andere Karte. Du siehst halt auch wirklich nichts, na? Ach, das war das Ding mit der Mittagszeit, glaube ich. Aber das macht keinen Sinn, weil hier ist nirgendwo ein Waldgebiet. Das ist alles hoch. Hier ist alles Schneegebiet. Das macht alles keinen Sinn. Das macht alles irgendwie keinen Sinn gerade. Ich check's nicht. Das ist genau das gleiche beschissene mit diesem Foto in dem Waldgebiet. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du kriegst ein Foto und da hast ein Waldgebiet. Und dann, good luck, finde diesen beschissenen Wald, wo dieses Foto aufgenommen wurde. Das ist irgendwie so... Gibt ja zum Glück so wenig Waldgebiete. Vor allem... Das Witzige ist, hier kann es auch nicht sein, weil hier ist überall Schnee. Und da ist ja praktisch... Auf dem Foto ist ja praktisch... Da ist ja... Da ist ja Wüste. Du hast Wüste, Felsen, oben hast du Schnee und hinten hast du Graslandscheid. Also es muss ja irgendwo sein, wo das sinnig ist. Ja? Du hast es... Du hast es... Du hast es... Ich sehe halt auch gar keinen Hinweis auf diesem Foto. Diese Bergkette ist halt ungewöhnlich, weil man mal guckt, ist unten ist ja praktisch auch Wüste. Also, das muss doch irgendwas sein, wo ein Wüstengebiet anfängt. Also, es müsste sein, du müsstest Wüste haben, du müsstest einen Berg haben. Ich meine, es muss doch einfach zu finden sein. Das müsste so etwas Ähnliches wie hier sein praktisch. Wo das praktisch anfängt, das Ganze, und dann geht es nach oben, wird kälter, und rechts hast du aber ein Landgebiet. Es muss doch irgendwo eine Schneise sein, wo das reingeht. Das gibt es ja nicht. Achso, die kann weg hier. Das haben wir gemacht. Geht! Gemeinsam! Jflix! Super, wie ich gerade 5 Minuten die Karte anstarre und versuche herauszufinden, wo das ist. Die Frage ist, ob das hier überhaupt in diesem Gebiet ist, wo ich gerade gucke. Das ist ja das nächste, das kann ja auch irgendwo sein. Saphirs Plateau. Es ist vor allem, es ist halt eine Steinkonstellation tatsächlich, die müsste man doch sehen. Das müsste doch auffallen. Was mich halt irritiert, ist diese Wasserstelle hier. Das irritiert mich. Mich irritiert diese Wasserstelle oben, weil ich finde nirgendwo auf der Karte diese Wasserstelle eingezeichnet. Das ist das, was mich am meisten irritiert daran. Das macht irgendwie keinen Sinn. Also es macht bestimmt Sinn. Und ich stelle mich vielleicht mega dämlich an, das kann durchaus sein, aber... Also es muss ja eine Luftaufnahme, das heißt es muss ja von oben sichtbar sein. Ich werde jetzt nicht planlos durch die Gegend rumlaufen. Weil da kann man es vielleicht eventuell schon finden, aber ich würde es ganz zielgerichteter machen. Aber die Berge hier sind zu hoch. Versteckte Jäger. Das macht hier eigentlich auch keinen Sinn. Ich werde jetzt nicht in Ordnung. Ich hab keine Ahnung Also ich seh's wirklich Also ich seh's nicht Ich hab absolut keinen Ich hab absolut keinen Dunst Wo das sein soll Wirklich nicht Warte mal Ist das die Lokation hier? Ah ne Das ist das wo der Wo der Dingens ist Da ist die Plattform nur Da ist nur die Plattform Ich kann jetzt mal auf den Schrein Hier oben hingehen Ob ich von da oben Vielleicht ne bessere Sicht Nach unten hab Das wäre vielleicht noch ne Idee Ja ja Nacht des Blutmonds Weg Skip In der Dunkeln halt Ist es halt schwierig Äh wo sind die Feuersteine Bis Mittag warten Okay Zum Glück ist schönes Wetter Gucken wir mal Das ist und ist glaube ich Die Trüller Die da wieder Das komische Zeug kocht Hmm 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 Hm. Ach, schau mal an. Ui, du hast mich hingeggt. Krok-Samen. Tschüssi. Ja, so, I'm sorry. Das hier ist es auf jeden Fall nicht. Das ist es auf jeden Fall nicht hier. Ja. Ich sehe da nirgendwas, was so ansatzweise in die Richtung gehen könnte, was ich brauche. Nee, das macht alles hier gar keinen Sinn. Also hier ist es auf jeden Fall nicht. Also in dem ganzen Gebiet hier, also in dem Umkreis hier ist es nicht. Das heißt, ich werde wohl da hinten mal wo drauf klettern müssen. Damit ich ein neues Gebiet zu sehen kriege. Also, damit ich die andere Hälfte des Gebiets mir begutachten kann. Weil das hier kann es auf jeden Fall nicht sein. So, die beiden habe ich erlesen. Das ist das einzige, was fehlt. Ich brauche nur einen einzigen Hinweis. Und nichts sagend. Hier ist nichts drauf in irgendeiner Art und Weise. Der einzige Hinweis ist halt der Teil hier. Also wo die Quest tatsächlich... Also wo das Gebiet tatsächlich ist. Ansonsten, ich sehe keinen Schrein. Ich sehe keine spezielle Markierung. Ich sehe keine... Ruinen. Also nichts, wo ich sagen konnte, ja, da war ich schon. Beziehungsweise, das kann ich auf der Karte relativ einfach sehen. Es muss nur relativ weit oben sein. Und das hier, wie gesagt, mit diesem Wasser hier. Also das irritiert mich. Es kann auch sein, dadurch, dass es so hoch aufgenommen ist. Also von einer extrem hohen Höhe kann es natürlich auch sein, dass die Map einfach dann ganz anders wirkt. Deswegen. Das sieht immer aus wie ein Weg hier. Was ist das hier eigentlich? Warte mal, könnte das vielleicht dann doch... Könnte das gleich doch beim Eiskeller hier sein. Wo könnte das sein? Also was verdächtig ist, ist das hier. Das ist der Teil. Und das hier sieht aus wie ein Stein, der relativ weit oben ist. Zwei Podesten. Ich habe keine Ahnung. Ich checke es nicht. Ich checke es wirklich nicht. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ach, keine Ahnung. Wir machen das das nächste Mal. Ich habe jetzt keine Lust mehr, das zu suchen. Ich wollte eher eigentlich nur einen Schrein machen, den Cut machen. Aber ich dachte, wir finden das jetzt auf die Schnelle. Aber ich habe nicht mal ansatzweise eine Idee, wo das sein könnte. Wir gehen mal zur Gerudo-Stadt und dann... gehen wir mal zum Eiskeller das nächste Mal. Dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie einen Hinweis kriegen. Aber ich checke es gerade wirklich nicht. Das ist echt weird. Also ich dachte, vielleicht kriegen wir das noch auf die Schnelle hin, dass wir das dann machen, etc. Aber ich habe keine Ahnung. Ich checke nicht, wo das sein soll. Ich checke es 0,0. Das ist irgendwie... Das macht von der Karte ja keinen Sinn. Wenn ich es wahrscheinlich sehe, wenn ich es google... Na ja, klar, genau das. Aber da habe ich jetzt irgendwie jetzt auch keine Lust, das zu googeln, wenn ich ehrlich bin. Weil wenn, dann würde ich es gerne schon selber finden. Na ja, gut. Na ja, so. Gut. Dann würde ich sagen, an der Stelle mache ich für YouTube einen Cut. Lieben Dank fürs Zuschauen. Danke fürs dabei sein. Auch wenn es unfassbar langweilig war in der letzten Stunde. Aber ich finde das schon noch. Ich bin zuversichtlich. Auf jeden Fall bis dahin. Halte die Ohren steif. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.